Diese Woche gibt es einiges an Earnings und vor allem ARK Invest mit Cathie Wood könnte diese Woche komplett davon profitieren. Fünf Aktien von ihren Top 15 Positionen veröffentlichen diese Woche ihre Quartalzahlen. Coinbase ist innerhalb eines Jahres um knapp 160% gestiegen, Boku und Shopify alleine fast um 90% und sie hat bereits 2023 mit ihren Aktien den S&P 500, welcher eine unfassbare Rallye hingelegt hat, outperformed. Des Weiteren ist aber auch die Twilio Aktie sehr interessant, ebenfalls eine große Position in ihrem Portfolio, aber im Vergleich zu den anderen Aktien gerade mal ca. 20% im Plus im Jahr und immer noch knapp 250 Euro entfernt von seinem All-Time-High. Experten und Analysten sind hier ziemlich bullisch und gehen von guten Quartalzahlen aus, das könnte auch für einen Trade sehr interessant sein. Da werde ich wahrscheinlich eine Long Position eröffnen über Trade Republic, abonniere gerne jetzt den Kanal, like dieses Video, ich würde es sehr wertschätzen, werde ein Teil dieser Community. Aber auch Warren Buffett darf sich freuen, denn sein Langzeit-Invest Coca-Cola veröffentlicht seine Quartalzahlen, genauso wie Occidental Petroleum. Diese Aktie ist seit etwa ca. 2 Jahren in seinem Portfolio, insgesamt besitzt er knapp 20% des Unternehmens. Aber auch hier gab es in der letzten Vergangenheit ziemlich viele Insider-Käufe von Berkshire Hathaway, seinem Unternehmen, welches seine Position noch mal deutlich vergrößert hat und sein Dollar-Average somit noch mal gesenkt hat. Eine weitere interessante Aktie für diese Woche ist DraftKings, ein Wettanbieter aus den USA der Größe, um ehrlich zu sein, und ebenfalls eine Top-Position im Portfolio von Cathie Wood. Die Aktie ist bereits 165% im Plus, das ist allerdings kein Hinderlist für die Analysten, um hier weiterhin bullisch zu sein. Bei guten Quartalzahlen gehe ich von einer Bewegung bis zur 60-Euro-Marke aus, diese Zahlen gibt es dann am Donnerstag. Des Weiteren habe ich eine Trading-Position beim GMT-Token eröffnet. Mein Einstiegspreis war die 23-Cent-Marke und ich glaube, dass wir hier innerhalb der nächsten Tagen bis maximal zwei Wochen bis zur 40-Cent-Marke hochgehen könnten. Vor nicht mal 90 Tagen war der GMT-Token bereits bei 90 Cent. Mit dem aktuellen Momentum glaube ich, dass wir wieder dieses bullische Szenario sehen könnten und auch GMT sich hier wieder durchsetzen wird und Volumen reinfließt in das Krypto-Projekt. Es handelt sich hierbei um kein Meme oder Shitcoin, es ist ein fundamental starkes Krypto-Projekt, welches auf der Solana-Blockchain läuft und den Nutzern die Möglichkeit gibt, hier mit Laufen Geld zu verdienen. Den Sol-Token können wir zudem auch in-game, zum Beispiel Laufschuhe uns kaufen, welche verschiedene Fähigkeiten haben. Beim letzten Bullrun gab es nicht nur einen Hype um die GMT-Tokens, nein, man hat sich langfristig durchgesetzt und hat eine Community sich aufgebaut. Aktive Nutzerzahlen hat man immer noch, welche ziemlich gut sind, weshalb man sich auch konstant in den Top 150 gehalten hat, sogar während des Bärenmarkts. In den USA sind teilweise Leute mit drei, vier, fünf Handys laufen gegangen und haben somit ein Vermögen verdient, vor allem im Bullenmarkt, wo der GMT-Token nochmal deutlich mehr wert war, den man verdienen kann. In Deutschland ist das Spiel noch nicht so populär, allerdings glaube ich, dass wir auch hier langfristig auf ein sehr, sehr starkes Krypto-Projekt schauen. Entrade ist gelockt, ich glaube, dass die 40-Cent-Marke mehr als realistisch ist in den nächsten 1-2 Wochen, wenn das Momentum so weitergeht. Und das wäre ein Wachstum von ca. 80%, das gibt es nur auf dem Krypto-Markt. Bis bald!